Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und ich freue mich wirklich von Herzen sehr, Matthias, dass wir es heute geschafft haben. Ja, ich freue mich auch sehr und vielen Dank, dass es auch heute geklappt hat. Wir sind ja schon länger in Kontakt. Jetzt tauschen wir uns mal aus über mich, über uns, über die Geschichte auch, wie wir zusammengekommen sind und was passiert. Also Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du hast mir sogar eine E-Mail aufgeschrieben, dass wir uns seit dem 9.6.2019 kennen. Ja. Ja, heute ist September 2021. Genau, ich habe es jetzt, die Aufnahme zu machen. Sie hat ein bisschen gedauert, richtig? Ich hatte, genau nachdem ich eine Zeit lang wirklich angefangen habe, mit Podcasts zu hören, das war 2019, und habe dann deinen Podcast auch sehr, sehr häufig gehört. Und dann kam auch ein Podcast mit dem Rahmen für die Marke. Und dann habe ich dir eine E-Mail geschrieben mit dem Inhalt oder mit dem Betreff Rahmen für Rahmen, weil es gerade in der Idee war, ein Start-up für Rahmensuppen zu machen. Und seitdem hatten wir eigentlich den ersten Kontakt und dann immer mal wieder. Ja, und jetzt sind wir endlich per Podcast auch zusammengekommen. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Das mit dem gemeinsamen Essen müssen wir noch nachholen. Das machen wir noch, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit geografisch auseinander, aber das machen wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen, du hattest mir damals, wir werden jetzt heute ein bisschen kreuz und quer sprechen, aber ist egal, wir müssen so ein bisschen unsere Geschichte, unsere gemeinsame Geschichte aufklappen. Du hattest mir damals ein Paket geschickt mit, war es der Prototyp? Ja, ne? Das war einer der ersten Prototypen, die wir noch zu Hause in der eigenen Küche rumgekocht haben, ja. Geil. Und es war so unfassbar lecker. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe jetzt echt ein Problem, weil ich muss mich ja die ganze Zeit mit euren leckeren Sachen da beschäftigen. Muss, in Anführungsstrichen, mache ich natürlich gern. Ich habe jetzt auch vor der Sendung, du hast mir gerade gesagt, ist ja cool, dass du das sofort mitbekommen hast, habe ich gleich bestellt über eure Website, weil ihr seid ab jetzt September lieferfähig in der Serienproduktion. Und das war wirklich für mich so nachhaltig, euer Produkt, also die Qualität eures Produktes, dass mir die Kinder in den Ohren hängen und sagen, wann gibt es das wieder? Weil in den Supermärkten, in denen ihr hoffentlich bald gelistet werdet, gibt es das einfach nicht. Es ist echt eine Marktlücke. Also in dieser Qualität gibt es natürlich Rahmen. Mein Sohn hat in der Vergangenheit, als es euch noch nicht gab, diese getrockneten Sachen, die man dann irgendwie aufwärmen muss. Keine Ahnung, was da drin ist, ich will es gar nicht wissen. Aber jetzt gibt es das frisch von euch. Sehr cool. Ja, du hast tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, eines der ersten Muster bekommen von uns, nachdem wir da im ersten Austausch waren, zu probieren. Und die Rückmeldung von dir, wie du auch gerade bestätigt hast, war einfach super. Und die Rückmeldung, die wir auch von anderen bekommen haben, hat uns einfach bestärkt in der Produktentwicklung von frischer Rahmensuppen, die so noch nicht erhältlich sind, sondern eher an der Restaurantqualität, die es so gibt, dass wir uns daran orientieren. Und das haben wir nach und nach weiterentwickelt. Also weder ich noch meine Frau Jessica, die zusammen gegründet haben, haben ein japanisches Feedback oder ähnliches oder haben eine Rahmenausbildung über mehrere Jahre vollzogen. Sondern wir haben uns da die Rahmenexperten mit ins Boot geholt, um da tatsächlich unsere Rahmensuppe, die wir uns vorstellen, wirklich nachhaltig, ohne Geschmacksverstärker und sonstige Zusatzstoffe, die man heutzutage nicht mehr im Essen haben will, rauszukriegen. Und du hast es gerade gesagt, es gibt eigentlich, man geht in ein Rahmen-Restaurant, das kann man machen, das gibt es in vielen Großstädten. Oder man geht in den Supermarkt und kauft eine Instant-Nudelsuppe, also Cup- oder Package-Nudeln, die aber voller Geschmacksverstärker irgendwelche pulverisierten Brühe sind und mit fettigen, vorfrittierten Nudeln. Also wir wollen uns damit auch gar nicht vergleichen, aber da steht nun mal auch Rahmen- oder Japan-Nudelsuppe drauf. Ja, absolut. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss man wirklich sagen. Und ich werde den Aufruf in dieser Podcast-Folge öfters machen, wahrscheinlich wird es eher so als Dauerwerbesendung jetzt dann auch verstanden, aber unterstützt TADA Rahmen, so heißt euer Unternehmen, indem ihr den Rahmen bestellt, unbedingt. Wir packen alles in die Shownotes, was ihr dafür braucht, wenn das jetzt alles im September ausgeliefert wird. Und jetzt muss ich kurz mal durchrechnen, wenn alle aus der Genius Alliance Community bestellen. Habt ihr dann ein Lieferproblem? Da ich die Zahlen von der Community nicht genau kenne, aber wir werden kein Lieferproblem bekommen, also wir sind ja seit Anfang August sind wir ja in der Vorbestellung drin. Wir haben gesagt, wir wollen eine gewisse Vorbestellung haben. Wir werden bis Ende September auf jeden Fall ausliefern. Wir haben in den letzten zwei Wochen, also wir fertigen bei einem Lohnhersteller natürlich, nicht bei uns in der eigenen Küche, da lief die komplette Vorentwicklung. Oder läuft schon die Vorentwicklung auch für die nächsten Sorten, die wir demnächst dann mit rausbringen. Und da haben wir eine Skalierbarkeit drin und jeder, der gerne unsere Sada Rahmensuppen essen möchte, der kann sich darauf freuen, kann sich gerne vorbestellen. Wir freuen uns über jedes Feedback und das ist so toll, die Community, die aufgebaut wurde, auch was man bei Instagram oder ähnlichem mitbekommt. Macht ganz, ganz viel Spaß. Und danke dir auch für deine Bestellung. Sehr gerne, sehr gerne. Es war ein Muss für mich. Aber Matthias, wir sind ja wirklich kritisch als Community. Wir werden den Belastungstest machen. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt hier zuhören, mitspielen. Sonst habe ich ein Problem. Matthias ruft an und sagt, keiner hat bestellt, nur du. Ja, gucken wir mal. Also mithelfen, also ich glaube, ausprobieren ist auf jeden Fall ein Muss, wer auf wirklich einen kulinarischen Genuss steht. Ich hatte so das Wort Geschmacksexplosion im Kopf. Und es war wirklich so nachhaltig, dass es meine Kinder und mich und meine Frau natürlich auch glücklich gemacht hat, das einfach so auszuprobieren und euch auf Instagram zu folgen, diese Vorschläge, die ihr macht, wie man das auch noch mit frischem Gemüse und so weiter kombiniert und Kräutern. Und also, ich habe Hunger. Sehr schön, das wollen wir erreichen. Lass uns mal in dein Startup reinschauen, weil das ist ja das, was wir hier in diesem Podcast auch so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen für alle die, die jetzt hier zuhören. War das Thema schon immer irgendwie eine Leidenschaft von dir oder wie kam das Thema zu dir? Wie entstand Tader Rahmen? Ja, das ist, glaube ich, schon geprägt von meiner Seite aus. Also wie gesagt, ich habe zusammen mit Jessica, mit meiner Frau zusammen gegründet. Wir haben noch zwei kleine Töchter, die probieren fleißig mit. Aber eigentlich war dieser Gedanke der Selbstständigkeit oder der Startups-Gedanke, war immer schon in meinem Kopf. Und ich habe, glaube ich, seitdem wir uns kennen, Jessica, gefühlt alle drei bis vier Monate mit einer neuen Startup-Idee genervt. Manches ist ein bisschen weitergegangen. Vor zwei Jahren gab es auch eine Idee, da haben wir schon mal ein bisschen Vorplanung gemacht. Aber da sind wir dann tatsächlich an der Produktion gescheitert. Und ja, dieser Gedanke war immer schon da und ich habe das auch gelebt und ich habe diese ganze Startup-Community verfolgt. Und mir war es jetzt nicht wichtig, unbedingt etwas zu gründen, obwohl mich das ganze Startup-Leben total begeistert hat und auch interessiert hat. Aber die Geschichte dahinter war tatsächlich, wir kommen ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet und wir waren sehr häufig in Düsseldorf, einer der größten japanischen Community in Europa, im japanischen Viertel-Rahmensuppeessen. Jessica hat mich auch dazu gebracht, da mal hinzugehen und wir haben uns einfach in diese Rahmensuppe, speziell in diese Tantan-Rahmen, unsere Lieblingsrahmen, dann verliebt. Und wir waren da echt sehr häufig essen. Und da wir jetzt mittlerweile in der Nähe von Mannheim wohnen, zwischen Mannheim und Frankfurt, sind wir halt nicht mehr so häufig in Düsseldorf oder nach Düsseldorf gefahren. Immer mal, wenn wir in die Heimat fahren, gehen wir auch da noch gerne essen. Und dann haben wir uns hier umgeguckt, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Was kriegt man? Okay, dann haben wir verschiedene Restaurants und Bars mal ausprobiert. Aber diese japanische Authentizität, die es dort gibt, gibt es, auch wenn hier Rahmen draufsteht, ist es das nicht. Das ist meistens irgendeine Gemüsebrühe mit ein paar Nudeln drin und ein bisschen Gemüse obendrauf. Aber nicht dieser wirklich unvergessliche Geschmack, beziehungsweise dieser starke Geschmack, den diese japanische Nudelsuppe eigentlich überträgt. Und ja, dann haben wir gesagt, was machen wir? Okay, welche Möglichkeit gibt es noch? Restaurants? Klar, wir können nach Frankfurt fahren, da gibt es schon einige. Und das ist schon okay. Aber eine Stunde jedes Mal hinzufahren, ist auch nicht Sinn der Sache. Wir kochen, oder ich koche sehr gerne, auch zusammen mit Jessica. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist, wenn wir selber kochen? Natürlich, dann haben wir uns damit beschäftigt, was passiert oder wie kocht man Rahmensuppen? Dann haben wir natürlich Rezepte gelesen und ausprobiert. Und das, was wir vorher gegessen haben, haben wir nie erreicht. Wir haben mehrere Versuche gemacht. Natürlich hat es nicht schlecht geschmeckt, es war okay. Und die Zutaten sind natürlich auch, also je nachdem, welcher Rahmen man isst, ein bisschen außergewöhnlich. Und das ist, glaube ich, auch so das, was uns im Kopf bleibt. Als Jessica dann gesehen hat, dass ich mal eine spezielle Rahmensuppe kochen wollte und sie das ganze Tiefkühlfach voller Schweinefüße gefunden hat, hat sie gesagt, wir kochen jetzt nicht mehr weiter. Das hast du da ausprobiert, bitte. Ja, ich habe halt viele verschiedene Rezepte ausprobiert. Aber dieses Rezept ist im Moment nicht in unserem Produktportfolio drin. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Aber das gehört einfach zu der Story dazu, weil wir haben uns echt rein entwickelt. Und dann haben wir geguckt, was gibt es im Supermarkt? Gut, da sind diese angesprochenen Cup- und Package-Nudels. Aber das ist nicht die Art der Ernährung und auch nicht der Art des Geschmacks, die wir haben wollen. Und dann sagte tatsächlich Jessica zum ersten Mal, komm, dann lass uns das doch mal selber erfinden, selber gründen. Wir machen dann ein Start-up raus. Das, was du eh schon immer willst. Das war ganz spannend. Und an demselben Tag haben wir auf Vox Kitchen Impossible geguckt. Und da musste Tim Melzer eine Rahmensuppe in Kopenhagen nachkochen. Und ist, ja, was heißt gescheitert, will ich jetzt nicht sagen. Das war, glaube ich, schon ganz gut. Aber da hat man einfach nochmal festgestellt, wie schwierig das eigentlich ist, Rahmensuppe zu kochen. Und dann auch diese Geschmack-Dienzitäten reinzubringen. Und in dem Zuge haben wir uns dann mit dem Koch in Kopenhagen, den habe ich kontaktiert, den Philipp Innreiter. Er ist ein österreichischer Koch mit einem Rahmenrestaurant in Kopenhagen. Mit dem mal zusammengesetzt, auch in Kopenhagen mal Gespräche geführt, wie man das Ganze aufbauen kann. Mit dem so die ersten Rezepte ausgearbeitet. Ja, und das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Und dann haben wir es bei uns nach und nach weiterentwickelt. Bei uns in der Küche viel gekocht. Und haben jetzt einen tollen Partner, aber auch Lieferant für Produkte aus Düsseldorf. Auch ein Japaner, der ein japanisches Restaurant hat. Und mit dem entwickeln wir diese Produkte. Er liefert uns mit einigen Zutaten. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen die Geschichte, wie wir zum Startup gekommen sind. Nicht ganz zufällig, aber ich bin da sehr, sehr froh, dass Jessica die Idee hatte. Auch wenn meine Ideen oft abgeblockt wurden. Manche war gut, manche aber auch nicht. Aber es ist so toll, das gemeinsam voranzutreiben. Das macht echt Spaß. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in deinen Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR-Trends und Megatrends und noch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de. Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ihr habt auch ein Video bei euch auf der Website. Da kriegt man auch so ein bisschen dieses, wie ihr miteinander umgeht mit und sehr liebevoll, wie ich finde. Und ich finde, es ist ein großes Geschenk, wenn du so als Paar sowas gemeinsam aufbauen kannst. Finde ich ein großes Geschenk, also so schöpferisch zu sein. Ja, also schön, dass es im Video so rüberkommt. Das ist gut, es soll auch absolut authentisch sein. Und so ist auch unser Umgang. Und das ist wirklich was ganz Tolles, was wir auch gerade tatsächlich neu kennenlernen. Also bisher waren wir beide in einer Festeinstellung, komplett separat voneinander. Und so arbeitet man einfach zusammen. Lernt sich auch auf eine gewisse Art neu kennen. Absolut. Auf der Arbeitsebene. Ja. Natürlich muss man es trennen, aber ich glaube, du weißt es auch, ganz hundertprozentig trennen kann man es nicht. Nee, nee. Die Übergänge sind fließend. Ja, aber wie habt ihr das bei euch gelöst als Paar? Gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, die der eine oder die andere verantwortet? Ja, also wir haben die Aufgabenbereiche, wo wir ja aktuell eh noch angestellt sind, beziehungsweise ich noch angestellt bin. Jessica wird weiter angestellt bleiben. Ich bin aktuell Vertriebs- und Marketingleiter in einem Industrieunternehmen, eher im B2B-Bereich. Also bei mir liegen hauptsächlich die Arbeiten rein im Vertrieb. Nee, ich meine jetzt bei eurem Startup. Also habt ihr euch, weil ich frage deshalb, bin deshalb neugierig, weil vielleicht sogar viele Paare zuhören und sagen, ey, wie wäre denn das, wenn wir das zusammen machen? Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wenn du gewisse Zuständigkeiten im Unternehmen, im Startup nicht ganz klar voneinander vielleicht auch abgrenzt, dass jeder so seinen Raum hat, in dem man auch Entscheidungen treffen kann, dann kommt es natürlich dann gerne mal zu, weiß ich nicht, Reibereien, die ja gut sind, weil dadurch entsteht Qualität, aber gewisse Bereiche muss man sich einfach auch aufteilen. Oder wie ist deine Erfahrung da? Nee, ist absolut richtig. Da wollte ich auch gerade hin. Also mein Bereich ist Vertrieb, Marketing auch hauptsächlich, wobei sich da auch natürlich die Themen überschneiden, weil Jessica ist Diplom-Designerin, ist für, ich sage immer so gerne alles, was bei uns schön ist, zuständig. Also sowohl das Produktdesign, sowohl das Etikett, sowohl auch die Fotoorganisation als auch das Label. Also sie ist dafür wirklich zuständig, auch ganze Social Media betreut sie. Und im Marketing sind natürlich die Marketingmaßnahmen, die wir machen mit den schönen Sachen bei Tata Rahmen. Da ergänzen wir uns ganz gut, aber sie ist wirklich für die Designsachen. Und ich mache Vertrieb. Und ansonsten haben wir noch sehr viel Überschneidung, weil aktuell sind wir tatsächlich zu zweit und gucken, planen aber gerade und gucken, wie wir da noch Unterstützung mit ins Boot holen können. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Golden Nugget an dieser Stelle für alle, die jetzt zuhören. Zu überlegen, wer, also wenn man als Paar gründet, es betrifft aber auch, also könnten auch zwei Gründer sein, die jetzt kein Paar sind oder so. Oder auch drei Gründer, aber die Assets einfach mal auf den Tisch legen und sagen, okay, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, wo fühle ich mich zu Hause? Also was kann ich wirklich gut? Was sind meine Talente und Erfahrung? Und dann schaut man, wie man sich da ergänzt, weil ich oftmals auch mit Startups zu tun habe. Ich kenne das so aus meiner Agenturzeit von früher, wo sich dann zwei Grafikdesigner selbstständig gemacht haben. Und dann war die Frage im Raum, wer entwickelt die Projekte? Wer macht Vertrieb? Wer macht Marketing? Beide wollten Grafikdesigner bleiben. Also das ist dann vielleicht auch eine sinnvolle Ergänzung in der Zukunft, dann wirklich auch jemanden vielleicht mit ins Team zu holen, der dann die Ergänzung in der Wertschöpfungskette innerbetrieblich vollziehen kann. Ja, genau. Also da gucken wir wirklich, wo wir jetzt nicht spezialisiert sind, dass wir uns da ergänzen, beziehungsweise demnächst Unterstützung mit ins Boot holen. Aber es hätte das gebracht, wenn ich als Nicht-Designer, nicht-kreativer Mensch auf einmal jetzt Design gemacht hätte. Nichts. Und wäre vielleicht witzig gewesen, aber nicht so toll. Ja, sehr gut. Habt ihr doch super gemacht. Wie habt ihr das Ganze bis hierher finanziert? Wie hat das funktioniert? Also bisher haben wir alles selbst finanziert. Läuft aus unseren Mitteln, die wir haben. Und natürlich gibt es von Anfang an dann auch schon mal Interessenten, beziehungsweise interessierte Investoren, wo man schon mal erste Gespräche führt. Aber wir haben gesagt, auf jeden Fall, soweit es uns möglich ist, bis zum Markteintritt, wollen wir das Ganze komplett eigen und selbst finanzieren und selbst steuern. Aber wir sehen es auch, wenn wir jetzt im September ausliefern, haben wir schon in Planung, beziehungsweise laufen dann ein paar Gespräche. Ob wir da nicht nur finanzielle Unterstützung, aber wie auch vorhin gesagt, da nochmal Unterstützung in eigenen Themenbereichen mit reinholen. Also allein das Thema Markenbildung. Klar, ich kenne es aus dem B2B-Bereich, aber im B2C ist es schon was anderes. Insbesondere auch die Themen Social Media Marketing. Wir sind da beide keine Experten drin, auch wenn wir da jetzt, ich sag mal, am Anfang gestartet haben. Aber wir lernen aber von so vielen Leuten auch so viel, die uns auch kleine Tipps geben. Aber man will ja hinterher oder man kann auch gar nicht mehr hinterher alles selber machen, wenn es einmal läuft. Sondern da muss man sich sehr wohl bewusst sein, was kann man, aber auch was will man und wo gibt es einfach bessere oder Leute, die das besser können. Und es gibt sehr, sehr häufig Leute, die viele Erfahrungen haben, die es besser können, die einen auch unterstützen können. Und das wollen wir uns auf jeden Fall mit ins Boot holen. Weil sonst ein Startup aufzubauen funktioniert nicht. Ja, auch wichtig, was du sagst, weil also zu erkennen, dass man dann irgendwann auch so an seiner eigenen Leistungsgrenze ist und einfach sagt, wir können einfach nur wachsen, indem wir uns einfach Leute dazuholen, die da sinnvolle Ergänzungen einbringen können. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger, also nicht zu lange alleine hustlen. Das ist eigentlich so die Erkenntnis, die ich auch in meinen Unternehmen hatte. Ihr habt gepitcht, Nico Rosberg, Stichwort, habe ich gelesen. Habt ihr direkt vor ihm gepitcht oder war der auf dem Event? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ja, es war auch ein Event in 2009. Nee, gar nicht, war Anfang 2020, meine ich. Und der war überraschenderweise dabei. Es war eigentlich gar nicht geplant. Es war eigentlich so ein Startup-Pitch vor Einkäufern beziehungsweise Entscheidern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Das war auch tatsächlich ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste Produkt an dich rausgeschickt haben, also sehr, sehr, sehr früh. Dann habe ich noch in Frankfurt da schnell die Suppen warm gemacht und der Pitch war dann vor den Einkäufern der einzelnen Supermärkte. Und Nico Rosberg war dann da überraschenderweise mit dabei, weil er sich das einfach mal angucken wollte, wie finden so Pitches statt? Vielleicht auch tatsächlich als Vorbereitung zu Höhle der Löwen, aber das war damals noch nicht bekannt, dass er da mit einsteigt. Wie findet denn so ein Pitch statt? Also ist es dann wirklich so, du hast wie so eine Art Messestand vielleicht, also einen Tisch, wo du das alles aufbaust und die kommen dann vorbei und bewerten das dann für sich oder wie funktioniert das? Also damals war es so, dass man, also man hat seine eigenen Utensilien mitgebracht, man konnte es dann warm machen, dann kochen, aber der Pitch an für sich war in einem eigenständigen Raum. Also man ist dann mehr oder weniger mit seinem Trolley reingefahren, hat dann sein Essen mal verteilt und beim Pitch durften dann alle mal probieren. Aber das war ein eigener Raum, wo die einzelnen Leute drin waren und dann steht man vorne, darf so einen Pitch halten. Ich glaube, es war damals ganze zwei Minuten lang, also man muss sich da sehr, sehr fokussieren auf das, was man pitchen will. Ich glaube, dann nochmal 30 Sekunden Rückfragen und dann war es das auch schon, dann kam der nächste, also das ganze Startup-Pitchen ist schon ganz spannend. Und das war auch tatsächlich der allererste Pitch, den wir, den ich, den wir gemacht haben. Und ja, es war einfach eine Erfahrung, aber speziell die Erfahrung oder die Kontakte, die man da knüpft, das fand ich eigentlich das, was ich damals rausgezogen habe. Also man war halt mit, ich sag mal, gefühlt 20 oder schätzungsweise 10 bis 20 anderen Startups da drin, die nacheinander gepitcht haben. Und seitdem hat man einfach zu ein paar, ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Also man kennt sich da sehr gut, man unterstützt sich und das habe ich eigentlich sehr, sehr da rausgezogen, weil wir damals am Anfang standen. Es hat sich auch damals jetzt nichts daraus entwickelt, außer dass man die Kontakte in den LEH, ins Mitteleinzelhandel noch hat, aber insbesondere den Eintritt in diese Startup-Community hat und insbesondere die Startups, die sich im Food-Bereich bewegen. Da hat man schon einen sehr, sehr guten Austausch und es macht einfach Spaß, dass man natürlich nicht, wenn man das gleiche Produkt hat, aber unser Produkt habe ich halt noch nirgendwo gesehen, gibt es auch aktuell nicht, dass da einfach die Erfahrungen ausgetauscht werden. Manch einer, der da war, sagte, okay, das ist jetzt schon dieses Jahr mein 20. Pitch. So langsam ist es halt auch doof, wenn da nichts draus wird, aber dann muss man halt auch mal sehen, also wie sich das Produkt entwickelt oder ob das Startup dann wirklich richtig positioniert ist. Und das war tatsächlich ja der erste Pitch. Und beim zweiten Pitch dann letztes Jahr hatten wir ja schon den Food Innovation Camp Startup Award gewonnen, Rewe Sonderpreis. Das zeigt uns schon, dass wir da ja schon eine gute Idee hatten oder haben und da uns einfach darauf fokussiert haben, dass aus Tadaramen das wird, was wir uns vorstellen. Einfach dieses tolle, traditionelle japanische Produkt in die Köpfe und in die heutige Zeit zu übertragen und nicht so, wie es das eigentlich aktuell im Handel gibt. Ich glaube, und das ist auch wieder eine ganz wichtige Erkenntnis, man kann das ganz gut vergleichen mit eurem Rahmen. Da sind ja verschiedene Gewürze drin. Das ist ja eine Komposition, ein Orchestrieren verschiedener Inhaltsstoffe. Auf natürlicher Basis, ohne Geschmacksverstärker und so weiter. Und das lässt sich wunderbar als Schablone auch auf diese ganze Pitching-Situation legen, weil das natürlich ein iterativer Prozess ist. Es müssen unglaublich viele Komponenten dazukommen, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt. Dann brauchst du vielleicht noch ein Netzwerk, da muss der Businessplan stimmen und so weiter und so fort. Also ganz viele Einzelfaktoren, die eine Rolle spielen dafür, dass du das Ding gewinnst. Deswegen braucht man, je nachdem, was es auch für ein Produkt ist, welche Branche, auch einen gewissen langen Atem, muss durch so ein paar Täler der Tränen einfach durch, bis man dann vielleicht wirklich den Partner gefunden hat, mit dem man es dann auch machen möchte. Also man muss dann auch so immer in der Entscheidungsfähigkeit bleiben, finde ich. Also am besten hast du drei Investoren, die sich für dich entscheiden würden und dann handelst du die Kondition aus. Aber der Weg dahin, der muss halt einfach gegangen werden. Der eine ist ein bisschen kürzer und der andere ist halt ein bisschen länger. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Sehr cool. Wie geht es jetzt weiter mit eurer Serienproduktion? Also wie habt ihr das jetzt gelöst? Wenn ich das richtig mitbekommen habe, macht ihr das alles aus Deutschland heraus, ne? Genau, ja. Also wir hatten jetzt letzte Woche, wurde die Miso-Rahmen produziert. Da werden jetzt nächste Woche die Label gedruckt, dann etikettiert. Also wir kriegen die Ware dann von unserem Lohnhersteller komplett und die Nudeln werden auch in Deutschland produziert und die werden dann im Vierer-Paket verpackt und dann sieht es so aus, dass wir die Vorbestellungen dann auch im September ausliefern und dann natürlich, dann heißt es nicht mehr Vorbestellungen, sondern es kann natürlich weiter bestellt werden. Dann ist unser Online-Shop ganz normal, wie die meisten auch. Dann liefern wir, ich schätze mal, zweimal, zwei-, dreimal die Woche aus, je nachdem auch, wie groß die Nachfrage entsprechend ist. Na, spätestens nach diesem Podcast ist die immens. Dann liefern wir fünfmal die Woche aus mit den LKWs. Und ja, also wir haben Lohnproduzenten, mit denen wir auch ausgehandelt haben, dass wir, ich sag mal, in einer kleineren Menge loslegen können. Also kleinere Menge sind pro Sorte jetzt erstmal 1600 Gläser. Aber dass wir das auch absolut skalieren können, wenn auch die Gespräche, die ja schon gut laufen mit dem Lebensmitteleinzelhandel beziehungsweise auch über den Online-Shop, die Verkäufe gut laufen, sind auch in Gesprächen natürlich mit anderen Online-Shops, aber auch mit Restaurants, die die Möglichkeit sehen, entweder die Rahmen dann für sich zu kochen beziehungsweise die Gläser dann vor Ort zu verkaufen. Auch Thema Hotel ist immer mal wieder ein Thema. Also die Point-of-Sales, die wir da haben, sind schon sehr variabel. Aber unser Fokus war jetzt erstmal zu sagen, alles, was wir über unseren Online-Shop direkt an die Kunden verkaufen können, an die Community, die wir eigentlich schon mit aufgebaut haben, ist für uns Fokus Nummer eins, weil da kriegen wir ein direktes Feedback. Absolut. Und die direkten Feedbacks, die wir bisher bekommen haben, sei es Homepage-Anpassungen, sei es Webshop-Anpassungen, hier müsst ihr noch was drehen. Einer sagt zum Beispiel, mach doch noch ein bisschen klarer, dass die Miso-Rahmen vegan ist. Matthias? Das begeistert uns, dass diese Community... Matthias, jetzt warst du kurz weg. Hallo? Ich bin wieder da, oder? Jetzt bist du wieder da. Also, dass die Miso-Rahmen vegan ist, da sind wir stehen geblieben. Genau, das war nochmal so ein Hinweis. Wir hatten drunter stehen, dass die Miso-Rahmen vegan ist, aber nicht so plakativ mit einem Logo nochmal aufgezeigt. Und das ist einfach das, was wir als Besonderes empfinden, dass man kommuniziert, dass man aber auch Anpassungen selber vornehmen kann. Und, ja, die nächsten Schritte sind Auslieferung, weitere Produktionen sind schon geplant, aber auch, ja, Weiterentwicklung des Produktportfolios. Ich denke mal, jeder Vorbesteller bei uns wird eine kleine Überraschung noch dabei bekommen, als Dank für die Vorbestellung. Und, ja, wir werden es weiter vorantreiben. Genau, solange die Vorbestellungen noch da sind, alles gut. Matthias, habt ihr was gemerkt? Ich meine, wenn man so die Höhle der Löwen so anschaut und so weiter, auf einmal investierten Frank Thelen in Food-Startups, der eigentlich so für Technologie bekannt ist. Habt ihr da einen Hype oder eine höhere Nachfrage oder eine gewisse Offenheit erlebt? Ist sich da was verändert bei euch? Also, man kriegt schon mit, dass Investoren oder Investorengruppe sich für den Bereich Food sehr geöffnet haben beziehungsweise, dass da immer neue Accelerator auch rauskommen, immer neu gegründet werden. Auch, dass man von größeren Investorengruppen dann auch mal angefragt wird, weil der Bereich Food oder beziehungsweise dann dieses Wort Nachhaltigkeit, nachhaltiges Essen natürlich ein sehr, sehr großer Trend ist. Also, ist ja nicht so, dass wir die Rahmensuppe jetzt erfunden haben, sondern wir haben ein tolles, traditionelles Gericht genommen und das für uns erhältlich zu machen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Und wir sehen einfach, dass der Bereich Startup für Investoren natürlich im Moment durch auch die Finanzwelt, wo es im Moment keine Zinsen oder Ähnliches mehr gibt, dass sich das geöffnet hat. Und aber auch, dass der Bereich Food sich immer weiter öffnet und nicht mehr klar Richtung Technologie geht, sondern auch Messen, aber auch Investoren sich breiter aufstellen und verschiedene Möglichkeiten dann zur Investition haben. Auch vielleicht eine neue Lebenseinstellung der Menschen da eine Rolle spielt. Also jeder, also ich pauschalisiere das jetzt, jeder möchte gesund leben und auch sich gut und qualitativ hochwertig ernähren. Und das habt ihr im Grunde geschafft, dass ihr gesagt habt, ein traditionelles japanisches Gericht wirklich in dieser hohen Qualität nach Hause zu bringen, ohne dafür irgendeine Liberando- oder Co-Plattform nutzen zu müssen. Aber das ist ja im Grunde das Wertvolle und die ganzen Varianten, die dann sicher noch folgen werden. Wie schwierig ist es, überhaupt in den Einzelhandel zu kommen, so jetzt aus euren Netzwerken, aus euren Möglichkeiten heraus? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Also wir haben es ja bisher noch nicht geschafft, aber das hat ja auch die Umstände, dass wir noch gar nicht lieferfähig sind. Aber natürlich haben wir mit der Sichtbarkeit auch durch den Food Innovation Camp schon gewisse Schritte gemacht, die wir übersprungen haben, die manche vielleicht von Beginn an machen müssen. Ansonsten ist der Weg in Lebensmittel-Einzelhandel, ich glaube aktuell gar nicht mehr diese Riesenhürde, die da ist. Man muss wirklich ein tolles, neues Produkt haben. und das ist natürlich erster Status. Startup bringt man nicht einfach so in den Laden rein, auch jeder Regalmeter, jede Regalfläche kostet Geld und da muss natürlich auch ein gewisses Verkaufspotenzial dahinter sein. Ansonsten muss man sagen, da gibt es Gespräche, es gibt auch viele Bereiche, sei es von den größeren Lebensmittel-Einzelhandel-Ketten, da gibt es einfach Kontakte, die man pflegen kann. Ich würde sagen, wenn man den Fokus auf Lebensmittel-Einzelhandel legt, hat man da schon gute Chancen reinzukommen, aber bei einigen muss man auch ein gewisses Vorinvestment tätigen, um diese Regale bedienen zu können. Aber es kann auch sein, dass man einfach mit dem Produkt überzeugt und dann hat man auch die Möglichkeit. Also der Weg ist nicht einfach, es ist aber möglich, vorausgesetzt natürlich das Produkt passt und das ist für uns entscheidend und ich sage mal, wenn wir dann demnächst mal im Lebensmittel-Einzelhandel sind, kann ich gerne ein bisschen mehr darüber berichten. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, dein Ich, also dich selbst zu beraten, so in der Zeit, wo du über diese Idee, dich selbstständig zu machen, auch mit Tadaramen, also dass du schon weißt, was du machen möchtest, wenn du dich selbst beraten könntest, was wären so die drei wichtigsten Punkte, die du dir damals heute, aus heutiger Sicht, mitgeben würdest auf dem Weg? Erster Punkt ist ganz klar, also erstmal geh deinen eigenen Weg, auch wenn du, ich habe vorhin schon gesagt, man kriegt viel Unterstützung von außen, viele Ratschläge von außen, aber wir sind am Anfang komplett nur nach dem Bauchgefühl gefahren und nach den Erfahrungen, aber auch von dem Feedback, was wir so bekommen haben und das war wirklich gut. Es gab eine Zeit, wo wir dann doch viel auf außen gehört haben, wo wir gesagt haben, da müssen wir dann vielleicht nochmal hier oder da eine Schleife drehen, die wir dann aber in den letzten Wochen und Monaten wieder zurückgedreht haben. Also da ist wirklich erstmal der Tipp, früh in der Community auch zu arbeiten, also doch ein Feedback zu haben, aber von Kunden, aber nicht von Leuten, die vielleicht das Produkt gar nicht kennen, sondern es gibt so viele Rahmenliebhaber beziehungsweise Asia und Japanliebhaber, die Rahmen lieben und kennen und da ist einfach das Feedback total gut. Ja, genau, aber total gutes Feedback kann auch ein kritisches oder negatives Feedback sein, also einfach um das Produkt voranzutreiben und das ist ja entscheidend, aber nicht unbedingt auf erfahrene Leute hören, die vielleicht das Produkt gar nicht kennen oder auch sich da vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das muss jeder für sich abwägen, also auch, das heißt nicht, dass man von erfahrenen Leuten, die nicht in dem Bereich tätig sind, nichts lernt, aber man muss es wirklich für sich, für seine Situation, für sein Geschäft abwägen, was wirklich sinnvoll ist und da hätten wir uns einige Schleifen sparen können, aber trotzdem sage ich auch, auch wenn wir sie hätten sparen können, bin ich doch froh, dass wir sie gegangen sind, weil, ja, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man beziehungsweise man muss da gemeinschaftlich dann eine Lösung finden, und, ja, das ist eigentlich so für uns eine Lernkurve, dass wir wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen und gar nicht immer auf andere zu hören, was wir auch nicht immer gemacht haben. Ja, als zweiter Tipp, kurz überlegen, ja, also ich habe, auch wenn ich sage, man hört, soll nicht auf so viele Leute hören, aber man braucht eine gewisse Community, also Community, nicht in dem Sinne, dass man nur die Rahmenliebhaber, mit Leuten im Rahmenrestaurant sitzt, sondern auch Leute, die schon mal Startups gegründet haben, auch wenn sie in einem anderen Bereich sind, die braucht man schon, aber man muss sich die Speziellen raussuchen, und da haben wir tolle Partner gefunden, sei es in der Community, die schon Startups gegründet haben, die jetzt ihr zweites oder drittes oder viertes Startup gründen, und dass man da einfach einen gewissen Erfahrungsaustausch hat, aber bei uns insbesondere auch in der Produktentwicklung, also dass wir schon mit dem TAC in Düsseldorf, der das japanische Restaurant hat, da speziell auch in der Produktentwicklung uns da austauschen, aber auch, was ich vorhin gesagt habe, mit den Kunden frühzeitig ins Gespräch zu gehen, frühzeitig eine Marke aufzubauen und da nicht erst das Produkt tot zu entwickeln und dann kurz bevor es tot ist, anfangen zu verkaufen, sondern eine gewisse Sichtbarkeit schon mal schaffen, eine gewisse Begehrlichkeit dann auch zu schaffen und dann einfach das Produkt, wenn es soweit ist, auf den Markt zu bringen, auch wenn wir jetzt mit zwei Produkten starten, damit werden wir nicht bleiben, aber wir könnten jetzt noch ein halbes oder ein Jahr weiterentwickeln, dass wir vier oder fünf Sorten haben, aber irgendwann müssen wir mal raus, und es hat jetzt eine gewisse Zeit auch gedauert, weil wir einen gewissen Status auch erreichen wollten, vom Produkt, vom Geschmack und auch von der Haltbarkeit auch, und ja, das haben wir jetzt geschafft. Einen dritten Tipp, esst viel Rahmen, dann wird es gut. Aber das wollte ich jetzt sagen. Das ist ja mein Job hier. Aber ich möchte nochmal zwei Dinge hervorheben. Einmal Community, das hatten wir auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder, dass der Wert deines Unternehmens natürlich für dich selbst als Gründer, Gründerin steigt, wenn du eine eigene Community befragen kannst. Deswegen frühzeitig damit anfangen. Und das andere, was mir gerade jetzt so auffällt, was ich nochmal so als Essenz rausarbeiten möchte, ist, jedes Unternehmen hat ja einen emotionalen Punkt. Bei euch ist es zum Beispiel der Geschmack. Und wenn ich mich auf den fokussiere, wenn es mir gelingt, bei meiner Käuferschaft, bei meiner Community, diesen emotionalen Punkt weiter und weiter rauszuarbeiten, zu entwickeln, dann ist im Grunde das die Sogwirkung auf die Marke. Oder das die Sogwirkung auf das Produkt. Und ihr macht das, indem ihr zum Beispiel sagt, keine Geschmacksverstärker. Wir haben eine vegane Variante, also auch breiteres Publikum. Wir legen ganz viel Wert auf die Qualität, auf den Prozess, dass ich das eine tolle Website bestelle. Der Prozess war super easy für mich. Das ist mir auch wichtig, dass ich das schnell nachbestellen kann. Und all das. Aber der Fokus ist, ich habe meine Schlüssel vor mir stehen. Und da ist dann der Tadda-Rahmen drin. Und dann schmeckt das einfach megamäßig. Die größte Enttäuschung, die ich jetzt speziell im Food-Bereich hätte, wäre, wenn das nicht schmeckt. Wenn man sich vielleicht über Prozessketten mehr Gedanken macht, über Vertriebs- und Absatzwege mehr Gedanken macht. Da hilft auch keine hübsche Marke, sondern das Produkt als solches. Also der Fokus auf die Emotionen. Und dann funktioniert das von ganz allein. Ja, also kann ich nur unterstreichen. Wir wissen auch, dass wir noch so viel zu tun haben. Also schön, dass der Bestellprozess gut funktioniert. Es steckt natürlich auch eine gewisse Arbeit dahinter. Und es war uns auch total wichtig, dass der einfach ist und auch Nachbestellungen gut möglich sind. Genauso einfach von der Kommunikation, die wir haben. Wir wissen aber auch mit der Homepage, da müssen noch mehr Rezepte rein. Also das, was wir im Moment mehr bei Instagram machen. Wir müssen mehr Rezepte rein. Und insbesondere, wenn wir ausgeliefert haben. Also wir freuen uns so sehr auf Bilder von der Rahmen-Community, von den Kunden. Wir freuen uns so sehr darauf, dass wir einfach mal zeigen, wie sieht deine Rahmensuppe aus. Also wir arbeiten ja auch mehr oder weniger mit dem Slogan Deine Rahmen der unbegrenzten Möglichkeiten. Weil man einfach von den Toppings so individuell gestalterisch ist, sein kann, das, was man mag oder das, was man da hat, was man sich auch zutraut zu kochen. Und deswegen, klar, wir posten unsere Bilder, die wir gerne machen, beziehungsweise von Mustern, die wir mal gestalten oder von Probierpaketen, die wir zugeschickt haben. Aber das ist so schön zu sehen, wenn wir jetzt Muster rausschicken. Und dann sieht einfach jeder Rahmen ganz individuell aus, aber irgendwie alle anders, aber alle total lecker. Und der Geschmack muss überzeugen, weil sonst bringt es nicht. Also einmal verkaufen können viele, aber wenn dann, wenn man ja auch, dass das Produkt sehr beliebt bleibt, beziehungsweise dann wieder vor Kurve kommt. Und sehr schön finde ich auch, es wirkt, wenn man so ein bisschen über euch, über dich recherchiert und eure Website und so, dann wirkt das so leicht und einfach. Auch so, wie du das jetzt so erzählst und so weiter. Wir haben so eine Gemeinsamkeit, ich habe mich nämlich auch mal versucht in einem Food-Startup, das ist relativ frühzeitig gescheitert, weil ich wollte eine gesunde Schokolade entwickeln und habe mir da den Weltmeister, der so irgendwie so ein Schokoladier da besorgt. Also der hat da irgendwie im Umkreis von mir gewohnt. Und ich wollte im Grunde der Schokolade Vitamin D und Vitamin K zuführen. Also eine gesunde Schokolade bauen und auch die Milch weglassen, vegan und so weiter und so weiter. Da haben wir sogar mit HIP zusammengearbeitet, die ja die Kindernahrung da machen. Was wir nie geschafft haben, ist und der hat sich wirklich Mühe gegeben, der hat sich wirklich in den Zeug gesetzt, dass das am Ende auch schmeckt. Die war gesund, aber wenn das nicht schmeckt, dann ist das eigentlich komplett, kannst du komplett knicken. Aber vielleicht gibt es jemanden, der zuhört, der nochmal so an so eine Schokolade ran will. Aber das hat mir einfach gezeigt, wie schwierig das ist. Und ich habe mit dem Weltmeister gearbeitet. Also wenn der keinen Geschmack in die Schokolade reinkriegt, dann ist das Projekt, weiß ich nicht, überhaupt machbar. Man weiß. Aber deswegen großen Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt und dass ihr in dieser Leichtigkeit unterwegs seid und das auch mit uns, mit eurer Community teilt. Sehr cool. Ja, sehr, sehr gerne. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, damit wir uns nicht ganz verzetteln hier. Ich glaube, wir sind schon längst drüber. Egal. Was mich noch interessieren würde, gibt es jetzt so in deiner Welt als Unternehmer ein Projekt, so ein Passion Project, was du gern vorantreiben möchtest? Ich als Unternehmer ein Projekt, also ich kann auch sagen, nein, im Moment treiben wir unser Startup voran, dass wir das wirklich auch so hinbringen, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man am Anfang vom Startup viele Ausgaben hat, freuen uns jetzt über die Verkäufe, die wir haben. Und das Ziel ist es einfach da, hinter Tader Rahm nachhaltige und gesunde Rahmensuppen beziehungsweise asiatische Suppen zu verkaufen. Und das ist das, was aktuell Priorität hat. Natürlich habe ich eine Festanstellung, die auch parallel läuft, die ich weiter habe, also im Industriebereich. Aber das noch auf bestimmte Zeit, das wird dann auch enden. Aber aktuell Priorität ist der Aufbau der Marke, der Aufbau der Kommunikation mit den Kunden und einfach viel zu lernen. Also viel zu lernen, gemeinsam zu lernen, von anderen zu lernen, mit anderen zu lernen, was können wir besser machen, sei es am Produkt, sei es an der Marke. Also jeder, der da auch dem, was auffällt, der uns da weiterhelfen möchte oder kann. Ich freue oder wir freuen uns auf jedes Feedback, was wir bekommen. Und das ist Fokus. Und das, was wir einfach auch in der letzten Zeit kennengelernt haben, ist einfach dieses Familienleben, zu genießen, was wir haben. Das ist auch, also es ist nicht immer nur Beruf, sondern es ist auch privat, es ist Familie. Und da hat sich einfach viel geändert durch Corona, durch die Zeit. Und wir haben die Zeit sehr schätzen gelernt, mit den Kindern auch zu Hause. Und das als Besonderheit kennenzulernen und nicht als irgendwie Stress oder sowas. Wir sind sehr froh, diese Zeit kennenlernen zu durften, auch wenn es unter schwierigen, komischen Umständen war. Aber wir haben viel daraus gezogen und viel daraus gelernt. Und jetzt bedeutet es, unser kleines Familienstartup entsprechend aufzubauen und dann irgendwann lauter da zu rufen und alle freuen sich, dass wir da eine tolle Marke draus gebaut haben. und dann eine total spannende Story, tolle Geschichte ausgemacht zu haben. Und wir erzählen da gerne drüber, auch wie wir das aufgebaut haben. Und wir sind zwar noch nicht so weit, wie gesagt, Auslieferung steht kurz bevor, aber wir freuen uns auch immer über Rückfragen über andere Leute, die Startups aufbauen oder andere Themen haben. Wo wir helfen können, können wir, auch wenn wir da sicherlich noch ganz am Anfang stehen. Aber wir wissen, wie schwierig der Anfang ist. Vielleicht können wir an dieser Stelle einfach euch helfen, weil das, was wir jetzt von dir erfahren haben heute in dieser Podcast-Folge, ist ja eine Möglichkeit, wo wir jetzt als Zuhörer und Konsumenten mal zeigen können, was wir können. Oder ja. Indem wir, und jetzt nochmal mein Aufruf an alle, die jetzt hier zugehört haben, schaut euch das einfach an. Tolle Produkte, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, vor der Sendung bestellt, der Matthias wusste es nicht, aber der hat mich gleich darauf angesprochen. Schaut euch das an, bestellt einfach mal zum Ausprobieren. Ihr werdet überrascht sein, wie toll die Qualität ist und wie toll der Geschmack ist. Also das kann ich wirklich an dieser Stelle nur nochmal ans Herz legen. Und damit helfen wir euch als Startup und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Matthias, meine Abschlussfrage, die ich immer stelle und damit würde ich dir das Schlusswort überlassen, ist, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Ich glaube, ich würde irgendwie dafür sorgen, dass die Leute sich generell entsprechend ernähren, also nicht mit Rahmen suchen. Das meine ich nicht, sondern ich meine, dass jeder die Möglichkeit hat, eine vernünftige Ernährung zu haben. Egal, wo man lebt, egal, wie viel Einkommen man hat oder welchen Besitz man hat, das ist so viel wert und dass man einfach gut zusammenlebt. Aber das kann ich sicherlich nicht alleine ändern. Ich werde da versuchen, mitzugestalten. Das werden wir auch als Firma geleben. Das ist, glaube ich, als Familie ganz gut vor, aber es gibt so viele Menschen, die weit weg sind, die nichts haben. Das ist wirklich immer wieder traurig zu sehen. Und ja, das wäre toll, wenn das alle zusammen ändern könnten. Schön, wichtiger Impact. Danke, Matthias, für das Gespräch. Danke dir. Danke, das Ganze für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.